Also ich glaube, das Video, was wir jetzt gerade drehen, ist exakt das Video, was ich mir gewünscht hätte vor sechs Jahren, als ich angefangen habe mit Loft-Film, weil wir werden heute einfach alle Learnings teilen, die wichtigsten Marketingprinzipien und ich habe ganz konkrete Beispiele mitgebracht, das heißt, ich habe Social Media Posts mitgebracht, die man eins zu eins so kopieren kann, ich habe Thumbnails von YouTubern mitgebracht, von großen, ich habe Werbekampagnen, da werden wir uns eine witzige anschauen, von einem großen Deo-Hersteller, ich habe Kampagnen von uns mitgebracht, die extrem gut funktioniert haben, also wirklich ganz viele Vorlagen, die man sich eins zu eins abschauen kann, also bleibt dran, auf gar keinen Fall abschalten, das Video wird sich lohnen. Jonas, was würdest du sagen, wie viel Geld hast du ungefähr schon ins Marketing von Loft-Film gesteckt? Also mindestens 5 Millionen Euro würde ich schätzen. Okay, wenn du 5 Millionen Euro investiert hast in Marketing, würde ich mal behaupten, lernt man das eine oder andere, beziehungsweise muss man auch wissen, was man tut. Magst du das heute einmal teilen, also die Prinzipien im Marketing, die man beachten muss, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte da Geld reinstecken, ich möchte in meine Marke, in mein Unternehmen investieren? Ja, also wir haben einige sehr große Learnings gemacht, Dinge, die ich so auch noch nirgendwo anders gehört habe und einige Learnings, die für uns riesen Hebel waren, riesen Game Changer. Das Interessante ist, wenn man diese Prinzipien einmal verstanden hat, ist es am Ende egal, ob du jetzt ein Video machst für dein Marketing, ob du eine Webseite baust, ob du einen Social-Media-Content-Post machst, also was Organisches, ob du ein YouTube-Video drehst, das ist komplett egal. Es sind Prinzipien, die immer wieder funktionieren, egal was dein Trägermedium am Ende ist, also egal, ob du jetzt eine Broschüre machst oder ob du einen Messestand baust, egal, immer da, wo du Marketing machst, wenn du diesen Prinzipien folgst, wird dein Marketing funktionieren. Dann lass uns doch starten. Was ist für dich so das erste wichtige Prinzip, das ich brauche, das ich wissen muss, wenn ich jetzt sagen will, okay, ich möchte Marketing machen, ich möchte zum Beispiel eine Broschüre schreiben, zum Beispiel einen Post machen, zum Beispiel eine Werbekampagne aufsetzen? Ja, gute Frage. Also das Erste, was uns erstmal klar werden muss, ist die Frage, was ist Marketing eigentlich? Marketing ist im Prinzip, dass wir irgendetwas tun, damit jemand bei uns kauft oder Kunde wird. Das ist letztendlich Marketing, wir machen Werbung, das heißt, wir wollen ein Produkt bewerben, unsere Firma bewerben, unser Angebot bewerben, ob das jetzt ein Video ist oder ein Post oder irgendwas anderes, ist egal, aber das Ziel ist, mehr Kunden zu gewinnen, deshalb tun wir es. Und das Problem ist, dass Leute sich nicht gerne Werbung anschauen. Niemand schaut gerne Werbung und ich habe einfach zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, auf Facebook einfach weiter zu scrollen, am Messestand einfach vorbeizugehen, die Broschüre einfach in den Mülleimer zu werfen. Das heißt, ich muss mir die Werbung nicht anschauen. Ja, selbst bei Fernsehwerbung kann ich aufstehen und aufs Klo gehen, wenn der Werbeblock kommt. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, die Werbung anzuschauen und ich habe auch keine Lust, mir Werbung anzuschauen. Was ich mir gerne anschaue, ist Entertainment, Content, der mir einen Mehrwert gibt, irgendwas, was mich interessiert, was ich lustig finde. Das schaue ich mir gerne und freiwillig an, aber Werbung nicht. Und das muss uns bewusst sein. Das heißt, die erste Frage, die wir uns stellen müssen ist, wie schaffen wir es, dass wir die Aufmerksamkeit von jemandem bekommen, der gar keinen Bock hat, unsere Werbung anzuschauen? Also wie schaffen wir es, dass der trotzdem uns zuhören will? Okay, und wie mache ich das? Das machen wir mit der sogenannten Hook. Ja, nur Hook ist wahrscheinlich den meisten Zuschauern ein Begriff. Das ist, wir versuchen irgendwie an den Haken zu bekommen, diesen potenziellen Kunden, dass er uns jetzt seine Aufmerksamkeit schenkt. Das heißt, mit der Hook verkaufen wir den Rest von unserer Werbung. Das heißt, die Hook hat nicht den Zweck, unser eigenes Angebot zu verkaufen, sondern hat den Zweck, dass jemand zum Beispiel beim Scrollen kurz hängen bleibt und jetzt uns seine Aufmerksamkeit gibt und jetzt erst die eigentliche Werbung anschaut. Ja, oder bei der Webseite, dass er nicht wieder abspringt oder am Messestand, dass er vorbeiläuft und stehen bleibt. Ja, hinguckt. Ja, das ist die Hook. Und ganz wichtig ist zu verstehen, wir kämpfen die ganze Zeit mit tausenden anderen Dingen, die man machen kann. Ich kann auf TikTok Videos anschauen. Ich kann mein Laptop auch ausschalten und ein Buch lesen. Ich kann umschalten auf dem Fernseher. Ich kann meine Broschüre wegschmeißen und wieder zurück zur Arbeit gehen. Ich kann zu jedem Zeitpunkt andere Dinge tun. Und damit wir den potenziellen Kunden dazu bringen, das nicht zu machen und stattdessen freiwillig unsere Werbung anzuschauen, das ist schwierig. Und dafür brauchen wir eine richtig starke Hook. Das heißt, mit der Hook erkaufen wir uns sozusagen die Aufmerksamkeit und die Zeit, die jetzt ein Interessent investiert, sich weiter mit uns zu beschäftigen. Genau. Und ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht, also was wir hier mal anschauen können. Das sind so diese ganz billigen Hooks, die jeder kennt. Jeder hat schon mal so einen Post gesehen. Zum Beispiel hier, Greta Thunbergs Auto kostet 380.000 Dollar und so sieht es aus. Das ist eine starke Hook, weil das triggert mich. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie dieses Kack-Auto aussieht. Ja, oder Tennis-Star sagt mit freizügigen Bildern für Wirbel. So, jeder weiß genau, was die hier machen. Jeder weiß genau, ich weiß, was ihr tut. Ihr wollt euch unbedingt hier draufklicken, um diese freizügigen Bilder anzuschauen. Aber warum machen die es? Weil es funktioniert. Ja, das heißt, das hier ist eine ganz einfache Hook, ja, indem ich einfach neugierig mache und andeute, dass es hier etwas zu sehen gibt, was du unbedingt sehen willst. So, das ist ein Beispiel. Aber ich habe ja gesagt, wir versuchen über die Prinzipien zu sprechen und jetzt nicht nur über ganz konkrete Maßnahmen. Das heißt, ich habe mal ein paar andere Beispiele mitgebracht. Und ein Beispiel ist ein YouTube-Video, das hier auf diesem Kanal veröffentlicht wurde. Und auch hier haben wir eine ziemlich coole Hook gemacht. Dieses Video hat auch über, ich glaube, 45.000 Aufrufe bekommen, was für so einen kleinen Kanal sehr, sehr viel ist. Also es hat funktioniert. Und was wir hier gemacht haben, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Andreas, wie viel Geld gibst du privat aus? Mein Ferrari, meine Rolex, mein Privathufschrauber, mein Jet. Um die 90.000, ja. Uhrencheck, was kostet die Uhr? Die Uhr kostet, tatsächlich habe ich die gekauft, um 43.000. Und wie groß muss man dann sein, damit man sich 10k im Monat auszahlen darf als Unternehmer? So, das war der Einstieg von dem Video. Und was haben wir hier? Andreas Baulig, wie viel Geld gibst du denn privat aus? Das macht neugierig. Ich will es wissen. Ich will wissen, wie viel der Privatausmacht auf dem Kopf hat. Unabhängig davon, ob ich ihn mag oder nicht. Ja, dann wie viel Umsatz muss man dann machen, dass ich mir 10k als Unternehmer auszahlen darf? Das will ich wissen als Unternehmer. Ja, da habe ich einen Experten, der mir das sagt. Einer sagt irgendwas mit 90.000. Was soll das heißen? Gibt er 90.000 Euro im Monat aus oder über was wird hier geredet? Also, wir machen neugierig. Und auch bei einem YouTube-Video, das ist ja auch ein Marketing-Instrument. Ja, geht es darum, du musst die Aufmerksamkeit bekommen, weil sonst schauen die Leute zu und springen direkt danach wieder ab und schauen sich ein anderes Video an. Weil in der Timeline nebendran gibt es ganz viele andere tolle Videos, die auch interessant klingen. Und da bin ich ganz schön wieder weg. Also, das wäre jetzt ein weiteres Beispiel, wie man eine starke Hook macht. Was ja auch die großen YouTuber machen, dass die am Anfang schon anteasern. Ja, oder man kennt es vielleicht noch früher so vom Fernsehen, dass schon bevor die Show losgeht, wird so ein kurzer Trailer gezeigt. Irgendjemand schreit, irgendjemand. Es gibt irgendwie starke Emotionen, man will wissen, was da passiert. Genau. Also, wie so ein Cliffhanger eigentlich in so einem Film. Weiteres Beispiel, das ist jetzt ein Instagram-Post auf meinem Instagram-Kanal, ein organischer Post. Und hier haben wir erstmal ein Bild von Oliver Kahn, eine bekannte Person, der war bei unserem Münchner Marketing-Kongress-Event als Speaker dabei. Und der erste Satz ist, man sagt ja, triff nie deine Helden. Was impliziert das? Dass Oliver Kahn vielleicht nicht so cool ist, wie er immer rüberkommt im Fernsehen. Genau. Irgendwie scheint da was schiefgelaufen zu sein. Ist Oliver Kahn arsch? Was hat er gemacht? Was hat er zu Jonas gesagt? Ja, das macht mich neugierig. Oder ist es einfach nur ein Trick von Jonas, dass er will, dass ich weiterlese? Aber selbst das macht mich ja neugierig. Das heißt, ich habe ein Bild von einer bekannten Person. Man sagt, er trifft nie deine Helden. Letztes Jahr durften wir einen Loftfilm für die Oliver Kahn und dann ist abgeschnitten. Das heißt, das muss man auch berücksichtigen bei Hooks, was sieht der Zuschauer, bevor er interagiert, also bevor er zum Beispiel auf mehr lesen klickt. Und hier sieht man, man sagt, er trifft nie deine Helden. Bild von Oliver Kahn, ich war da neugierig. Das ist zum Beispiel eine Hook, die dafür sorgt, dass man diesen Beitrag auch weiterlesen möchte. Jetzt habe ich ein weiteres Beispiel, das ist ein Loftfilm. Schauen wir es mal an. Zombies in ihrer Bank? Ja, auch sie haben Zombie-Kunden. Kunden eröffnen ein Konto und bemerken erst danach, wie viel Aufwand damit verbunden ist. So, wir sehen jetzt hier ein komplett anderes Medium. Wir hatten jetzt ein YouTube-Video, wir hatten jetzt einen Instagram-Post. Jetzt haben wir hier einen Loftfilm. Anderes Medium, aber gleiche Theorie. Wir müssen die Aufmerksamkeit bekommen. Und das hier nennt man Pattern Interrupt. Das bedeutet, ich mache irgendetwas, was so ungewöhnlich ist, dass ich auch wieder neugierig werde. Ja, also, wir sehen eine Bank. Die Zielgruppe hier sind Banker, Bankverantwortliche. Und was sehe ich? Diese Hand schießt rein, zack, Zombies in ihrer Bank. Das ist so ungewohnt oder so außerhalb von dem, was ich erwarte, also ein Pattern Interrupt, das Muster wird durchbrochen, dass ich jetzt neugierig bin und sage, was, wie, Zombies in meiner Bank. Ich will weiter schauen. Und anstatt das jetzt direkt aufzulösen und zu sagen, schau, was wir meinen, damit ist X, Z und Z, fangen wir jetzt mit der normalen Geschichte an. Und ich bin gehoopt, weil ich will immer noch die Auflösung wissen. Das heißt, ich höre mir jetzt freiwillig den ganzen Rest von diesem Marketingvideo an, damit ich später die Auflösung erfahre, was mit diesen Zombies auf sich hat. Okay, das heißt jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Werbevideo mache, dann macht es jetzt Sinn, da vorne eine starke Hook zu haben, damit ich die Leute eben rausreiße, damit die mir ihre Aufmerksamkeit schenken. Aber kann ich das irgendwie einschätzen, ob mein Video, das ich jetzt zum Beispiel als Werbung schalte, ob das gut funktioniert, ob diese Hook gut funktioniert? Ja, gute Frage, weil letztendlich, dass ich sage, oh, das finde ich cool oder oh, das macht mich neugierig oder ich finde das ansprechend, bringt wenig, weil am Ende zählt ja, ob es funktioniert oder nicht. Und was wir immer machen wollen, ist das mitzumessen. Das heißt, nicht nur sagen, Bauchgefühl ist gut, sondern die Daten beweisen, dass es funktioniert. Und dafür gibt es hier die Thumbstop Rate. Die Thumbstop Rate ist im Prinzip eine Metrik, die man sich bei Facebook selbst einstellen kann. Die Anzahl der Impressionen, also wie oft wurde dieses Creative ausgespielt, geteilt durch die Anzahl der 3-Sekunden-Videoviews. Also wie viel Prozent aller Menschen, die mein Creative gesehen haben, schauen nach 3 Sekunden noch zu. Also sprich, haben gescrollt, gescrollt, oh, 1, 2, 3, jetzt wirst du gezählt. Also wie viel Prozent bleiben hängen sozusagen? An der Hook, genau. Am ersten Bild, am ersten Satz, an dem, was sie sehen, an der Headline vielleicht, an dem, was sie sehen. Und die Zahl sollte 20 Prozent plus sein. Dann hast du eine gute Hook, die gut funktioniert. Wenn diese Zahl niedriger ist als 20 Prozent, wenn die zum Beispiel nur 10 Prozent ist, heißt das entweder, dass deine Hook nicht gut ist oder zumindest, dass deine Hook nicht zur Zielgruppe passt. Weil es könnte natürlich auch sein, dass du eine sehr starke Hook hast, die aber die Zielgruppe, die das sieht, überhaupt nicht anspricht, also einfach ein Mismatch ist. Und das heißt, du musst entweder die Zielgruppe verändern oder deinen Hook nochmal überdenken. Und jetzt sehen wir hier in dem Beispiel, das sind wahrscheinlich ein paar Creatives. Das ist jetzt aus unserem eigenen Werbekonto. Ja, das sind jetzt Ads, die wir gedreht haben und die hier alle über 20 Prozent sind. Eins ist leicht unter 20 Prozent. Ja, das sind teilweise Loftfilme, teilweise auch mit echter Kamera gedreht. Wo man aber sagen muss, 25 Prozent jetzt zum Beispiel, jeder Vierte, der da drüber scrollt, bleibt dran hängen. Das ist eine gute Quote. Und was da zum Beispiel meiner Meinung nach der Grund ist, man weiß es nie genau, man kann am Schluss nur raten, aber was meiner Meinung nach hier der Grund ist, ist dieses geile Thumbnail. Und zwar, wir sehen hier zwei Babys in einem Anzug. Ein Baby hat eine rote Krawatte, ein Baby hat eine blaue Krawatte. Und das ist so ein komisches Bild. Ich sehe zwei Babys in einem Anzug. Ich bin sofort neugierig und ich bleibe dran hängen. Und ich frage mich, was hat das damit auf sich? Also das zum Beispiel ist einfach eine starke Hook. Ja, und das macht mich neugierig. Und dann wird im ersten Satz auch noch über Unternehmer gesprochen, den Mittelstand. Das heißt, auch für die Zielgruppe ist es relevant. Das ist jetzt nicht nur, dass sich irgendjemand denkt, oh ein Baby süß, sondern es ist ja sogar noch für die richtige Zielgruppe. Richtig. Oder ein anderes Beispiel, was wir hier mit 28% sehen. Das ist ein Creative, wo ein anonymer Kunde vor der Kamera sitzt. Also auch erstmal, das Bild ist ungewohnt, weil wir sehen kein Gesicht, sondern wir sehen ihn komplett ausgeschwarzt. Und dann ist die Headline dazu. Und du siehst, das ist auch ein Pattern Interrupt, weil normalerweise, wenn Loftfilm eine Werbung schaltet, sagen alle Kunden, Loftfilm ist super, Loftfilm ist toll, Loftfilm ist klasse, ich bin happy mit den Ergebnissen. Und jetzt ist hier einer, der offensichtlich irgendwas hat nicht gepasst. Ja, nie wieder mache ich einen Loftfilm, sagt er direkt am Anfang. So ein Loftfilm, das war die dümmste Idee, die ich je hatte. Das würde ich keinem Unternehmer empfehlen. Und das macht mich natürlich neugierig. Ich will jetzt wissen, was hat es mit diesem Kunden auf sich. So, und dann die Auflösung in der Art ist natürlich, dass der Kunde sagt, ich bin so unzufrieden, weil ich habe gar keine Zeit mehr für mich, weil ich kriege so viele Anfragen durch Loftfilme. Deshalb macht kein Loftfilm, sonst habt ihr nur noch Stress. So, genau. Das ist halt ein witziges Creative, aber die Hook ist auch stark und deshalb schauen das auch die Leute weiterhin an. Also das erste große Learning ist die Hook, den Einstieg in dein Creative, in deine Webseite, in deine Broschüre, egal was es ist. Die machst du nicht nebenher. Beschäftig dich damit. Also was wir zum Beispiel machen, ich weiß, ihr bei Landeseiten macht das, wir bei Loftfilm machen das, dass wir immer mehrere Einstiege schreiben, ihr mehrere Headlines schreibt und wir dann die beste auswählen. Das heißt, das ist nicht so die erstbeste Idee, die uns kommt, komm, wir schreiben es einfach auf und passt schon, weil dafür ist die Hook einfach zu wichtig und deshalb da 30 Prozent deiner Zeit, das Creative zu gestalten, sollten nur der Hook gelten. Ja, also bei Landeseiten, nee, du hast es richtig gesagt, ist es ein Standardprozess, dass wir immer mehrere Headlines wirklich fertig formulieren, dass nochmal eine zweite Person draufschaut und dann wird gemeinsam entschieden, okay, was ist hier für die Zielgruppe wirklich die Headline, dir am meisten die Aufmerksamkeit bindet. Genau, und da habe ich auch ein richtig geiles Beispiel von landeseiten.de gleich mitgebracht, was wir jetzt gleich anschauen können. Und da geht es dann schon um das nächste Thema und das ist auch ein Thema, was viele vergessen, weil ich habe das Gefühl, dass es im Marketing so ein bisschen zwei Lager gibt. Es gibt die, die sagen, wir brauchen geiles Design, geile Bilder, das muss sich geil anfühlen. Und es gibt die, die sagen, man braucht geile Texte, geile Copies, der Inhalt schlägt alles, Content ist King und ob das ein Selfie-Video ist oder so, ist total egal. Also irgendwie gibt es oft so eine gespaltene Meinung. Und ich würde jetzt mal darüber sprechen, was ich glaube, was stimmt. Und zwar, wusstest du das, dass Chinesen viel schneller lesen können als wir Europäer? Ja. Ja, okay. Und das liegt daran, dass Chinesen haben ja keine Worte, die sie zusammensetzen aus einzelnen Buchstaben, sondern Schriftzeichen. Das heißt, ich muss nicht erst verschiedene Buchstaben verstehen und die in meinem Kopf zusammensetzen zu einem Begriff und dann praktisch in meinem Kopf suchen, was bedeutet dieser Begriff und das mit irgendwas assoziieren, was natürlich schnell geht, aber es geht viel schneller, einfach ein Bild zu sehen. Ja, wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Bild von einem Haus zeige oder das Wort Haus, dann kannst du das Bild schneller begreifen. Das passiert im Prinzip bei Chinesen mit den Schriftzeichen. Das hier zum Beispiel, was könnte das bedeuten? Felix, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich habe mal ein bisschen gemalt. Hast du das gemalt, ja? Ich habe das mal malen lassen. Okay, kennt man jetzt mit dem Grün, erkennt man, das ist ein Baum. Richtig, das ist ein Baum. So, und jetzt haben wir folgendes Schriftzeichen. Was könnte das bedeuten? Sieht aus wie mehrere Bäume, also würde ich sagen Wald. Richtig, das ist ein kleiner Wald. Keiner Wald, okay. Und jetzt haben wir hier das hier, was könnte das bedeuten? Dann ist das wahrscheinlich großer Wald. Korrekt, eins plus. So, und das kann ich viel, ich kann diese Bäume sehen und sofort begreifen, was damit gemeint ist, weil ich die Worte lesen muss und zusammensetzen muss im Kopf. Das heißt, ich verstehe bei einem Bild viel schneller die Botschaft, ohne dass ich das ausführlich erkläre. Ja, hier ist ein gutes Beispiel. Ein perfektes Beispiel, muss man direkt drüber lachen, weil man so, weil man direkt die Message verstanden hat. Genau. Und diese Message jetzt zu erklären, das hätte ich nicht in einer Sekunde mit einem Bild schaffen können. So, und das, und da habe ich ein richtig geiles Beispiel, finde ich, von anderen Seiten.de. Ich habe das letztens gesehen und dachte, wie geil ist das denn? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Warte, Menschen, haben wir gerade gesehen, begreifen Bilder schneller als Text. Das heißt, wenn ich auf eine Webseite komme, wenn ich ein Video anschaue, wenn ich einen Facebook-Beitrag sehe, ja, wie zum Beispiel vorhin den mit Oliver Kahn, ich begreife als erstes das Bild und dann fange ich an, den Text zu lesen. Das heißt, wenn ich eine Webseite habe, die nur schwarz-weiß ist, ja, wo einfach nichts drauf ist, auch wenn der Text on point ist, fehlt einfach eine wichtige Information und ich mache es dem Besucher schwieriger. Und hier habt ihr eine geile Seite gebaut, ich fand das so geil. Man kommt drauf, man versteht instant in einer Millisekunde, um was es hier geht, ohne den Text zu lesen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Felix, was ihr euch dabei gedacht habt. Ja, genau. Es geht ja darum, die Message zu unterstützen, beziehungsweise, du sagst richtig, wenn man sich jetzt mal anschaut, man würde hier den Titel gar nicht sehen, versteht man auch so auf Anhieb, oh, es gibt hier irgendwie einen Bruch, es geht um zwei Menschen, die irgendwie auseinander sind, die sehen beide unglücklich aus. Und eine spannende Sache, die wir hier gemacht haben bei der Webseite ist, wir haben das Ganze noch animiert. Das heißt, wenn ich ein Stück weiter scrolle, geht diese Couch wieder zusammen, die schauen sich wieder an, sie sind glücklicher. Und ich habe in einer Sekunde im Endeffekt erklärt, es geht irgendwie um ein Paar, was auseinander ist und die kommen jetzt wieder zusammen. Ja, und das ist voll geil, weil überleg mal, du bist jetzt in einer unglücklichen Beziehung, du suchst nach Hilfe und jetzt schaust du bei verschiedenen Beziehungscoaches vorbei und du fragst dich, okay, ich brauche jemanden, der mich versteht, der mir hilft in meiner Situation. Und jetzt kommst du auf diese Seite und du siehst, genau da fühle ich mich, sehe ich mich wieder und du scrollst ein Stück und du siehst das Endergebnis. Wir kommen wieder zusammen, wir bewegen uns wieder aufeinander zu. Und das ist so stark, das kannst du mit Worten gar nicht so knackig ausdrücken, wie du das mit diesem Bild ausdrücken kannst. Also richtig geil, finde ich richtig gelungen. Das ist wichtig für alle Marketingmaßnahmen, die du machst. Wir wollen Bilder benutzen, die unsere Botschaft verstärken und die mir sofort zeigen, okay, ich bin hier richtig, ich vermittle das richtige Gefühl durch die Bilder, ich vermittle die richtigen Informationen. Ja, und das ist hier gut gelungen. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele dabei. Ich meine, die besten Videos, auch bei Lofoten zum Beispiel, sind ja die, die auch ohne Text funktionieren. Genau, da habe ich hier ein weiteres Beispiel dazu. Ich denke, wir kennen ihn alle, MrBeast, der erfolgreichste YouTuber der Welt. Das ist ein Thumbnail und das ist auch eine interessante Entwicklung, dass MrBeast in Thumbnails keine Texte mehr packt oder ganz, ganz wenig. Ich habe gleich ein Beispiel, wo ganz wenig Text drin ist, aber im Prinzip hat er gesagt, scheiß auf Text, wir machen einfach geile Bilder, die so stark sind, dass ich verstehe, um was es in dem Video geht. Ja, vor allem die Entwicklung, du hast es gleich gesagt, spannend, weil früher auf YouTube hat jeder irgendwie Pfeile und riesige Texte, alles versucht, möglichst viel Informationen irgendwie noch mit dem Thumbnail zu packen und das ist ja quasi so eine Entwicklung weg davon, zur Einfachheit. Richtig. Und hier, was hier geil ist an diesem Bild, ist, es ist auch gleichzeitig eine Hook. Ja, das heißt, das Thema, das wir vorhin schon hatten. Felix, um was könnte es hier gehen in diesem Video, was denkst du? Es könnte sein, dass er einen Zug in ein Loch fährt. Ja, und genau so heißt auch das Video, Train vs. Giant Pit, 190 Millionen Aufrufe. 190 Millionen Menschen haben sich das angeschaut und gesagt, ich will sehen, wie dieser Zug in dieses Loch reinfährt. Das heißt, das ist ein richtig starkes Bild und gleichzeitig eine starke Hook. So, weiteres Beispiel, um was geht es in diesem Video, MrBeast Edition? Worum könnte es hier gehen? Überleben auf dem Floß. Oh, hier, Seven Days Stranded at Sea. Und hier ist ganz wenig Text drin, ja, Day 7. Und wir sehen, er ist auf dem Floß, auf dem Wasser und ihm schwimmen die Haie. Ich verstehe, was hier passiert. Ich will es angucken. 230 Millionen Aufrufe. Ich habe noch ein weiteres Beispiel dabei aus dem Loft-Film. Was ist hier die Botschaft? Das haben wir für einen Steuerberater gemacht, das Video. Ja, hättest du wahrscheinlich gar nicht sagen wollen mit dem Steuerberater, sondern wir haben hier, der Staat schüttelt den Businessman aus und nimmt ihm das Geld weg. Richtig. Das heißt auch hier, man sieht es wieder, das Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, ich verstehe, ich fühle, um was es geht. Ich verstehe das. Ich muss das nicht mehr erklärt bekommen. Ja, dieses Gefühl, der Staat schüttelt mich und nimmt mich aus und es fühlt sich nicht gut an und ich verliere das hart verarbeitete Geld. Das ist, was alles hier drin steckt in einem Bild, was man in einer halben Sekunde verarbeitet. Also Bilder, ganz, ganz wichtig, nicht einfach nur Text zu machen und sagen, der Text verkauft. Aber, und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, ein Bild allein reicht natürlich auch nicht. Also diese MrBeast-Videos, die sind nicht deshalb 190 Millionen Mal angeschaut, weil sie einfach nur ein gutes Bild haben und der Content ist Schrott, sondern der Content ist auch richtig gut gemacht. Und das ist jetzt das nächste Thema, das nächste super wichtige Marketing-Learning, offene Loops. Ja, da können wir ja gleich drüber sprechen, aber vorher... Ja, vorher frage ich dich, was glaubst du denn, was ein offener Loop sein könnte? Ja, im Endeffekt genau das, was ich gerade gemacht habe. Also man teasert etwas an, das ist ja ähnlich wie die Hook am Anfang, aber dass man es immer wieder im Laufe zum Beispiel von so einem Video macht, dass man Sachen anteasert, die später kommen. Wir haben gerade MrBeast angeschaut, der macht das ja auch, dass er dann in der Mitte des Videos nochmal sagt, übrigens gleich passiert noch das, aber vorher schauen wir uns nochmal was an. Genau, das ist ein super Beispiel, du sagst so, am Ende des Videos werden wir dieses Auto in die Luft sprengen, aber vorher so, oder auch dieser Train vs. Giant Pit, dass es immer wieder kommt, gleich machen wir noch das, gleich machen wir noch das. Das heißt, diese Aufmerksamkeit, die ich versuche zu bekommen durch die Hook, versuche ich jetzt auch zu behalten. Und je länger dein Content ist, desto wichtiger ist es, dass du immer wieder diese Loops einbaust. Ja, das heißt, dass du immer wieder darüber sprichst, zum Beispiel, da sagst du, bevor wir das gleich anschauen, was du gesagt hast, oder hier sind drei Gründe, wieso. Wenn ich jetzt den Grund 1 gehört habe, will ich auch noch Grund 2 und 3 wissen. Um das zu verstehen, musst du erst. Ja, da habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht, auch jetzt hier von dem YouTube-Kanal. Das war eine Office-Tour, wo wir durchs Büro gelaufen sind, das Büro hier einmal komplett angeschaut haben. Und genau, schauen wir uns einfach mal an, das passiert so in den ersten ein, zwei Minuten. So, jetzt sind wir drin im Büro, wir sehen hier im Eingangsbereich schon mal unsere Award-Wand, was es damit genau auf sich hat, dazu später mehr. Und wir sehen hier unseren Meeting-Raum, da werden wir auch gleich reinschauen. Und ganz, ganz wichtig ist diese Wand mit diesen gerahmten Bewertungen, warum wir das machen und was es damit auf sich hat, auch gleich dazu mehr. Aber erst mal holen wir jetzt Felix ab. Was wir hier gemacht haben, haben wir gesagt, gleich werden wir da reinschauen. Und jeder, der das Video gesehen hat, erinnert sich vielleicht, wir haben zum Beispiel auch mehrmals in diesem Video gesagt, wir werden gleich mal unser Vertriebsbüro reinschauen und schauen, wie es im Vertrieb aussieht. Aber vorher schauen wir mal ins Marketing. So, das haben wir immer wieder gemacht, weil wir wissen, dass Vertrieb was ist, was halt viele interessiert. Und dementsprechend immer wieder diesen Loop, gleich werden wir das anschauen. Oder ich habe noch ein weiteres Beispiel mit dabei. Das ist auch eine Ad, die wir gemacht haben für Loftfilm, wo es darum ging, wie viel kostet ein Loftfilm. Das ist speziell für Retargeting gedacht, also für alle, die sich schon aktiv mit Loftfilm beschäftigen. Und da haben wir auch eine Hook und dann einen offenen Loop. Also wir sehen jetzt gleich beides hintereinander, eine Hook und dann ein offener Loop. Wie viel kostet eigentlich ein animierter Erklärfilm? Es gibt Angebote für 500 Euro, es gibt Angebote für 20.000 Euro. Ich sage dir jetzt, was du wirklich brauchst. Um die Kosten einschätzen zu können, müssen wir uns erstmal überlegen, wer an so einem Videoprojekt alles mitarbeitet. Die Hook ist, wie viel kostet so ein Film? Warum ist das ein guter Hook? Weil das Retargeting ist, also nur für Menschen, die sich schon gerade mit Loftfilm beschäftigen, das ist die Frage, die sich jeder immer stellt. So, oh, ich will das wissen. Und dann, bevor ich dir das beantworte, müssen wir uns erst überlegen, wer mitarbeitet. Dann kann ich jetzt erzählen, wir haben einen Drehbuchautor, wir haben einen Strategieberater, wir machen das für dich, wir machen das für dich, wir machen das für dich. Und ich habe mir seine Aufmerksamkeit erkauft, weil du willst ja immer noch die Antwort haben auf die eigentliche Frage. Und ich sage, bevor ich dir das gleich sage, du wirst das erfahren, aber bevor ich dir das sage, hör mir erstmal noch ein bisschen zu. Es geht darum, dass du die Aufmerksamkeit bekommst von deinen potenziellen Kunden. Und wenn du sie hast, dass du sie dann auch überzeugst, dass du ein guter Anbieter bist und dass man bei dir sich eintragen soll. Und das wird natürlich ganz oft genutzt in bezahlten Werbeanzeigen. Also Facebook-Ads, Instagram-Ads, LinkedIn und so weiter. Das ist natürlich ein Kernanwendungsgebiet von diesem Wissen, was wir bis jetzt hier vermittelt haben. Und dazu habe ich auch vor, noch mal ein ausführliches Video zu machen. Das heißt, ein ausführliches Video, wie so ein Creative Ideal aufgebaut ist, eine ausführliche Creative Masterclass, wo wir einfach mal durch hunderte verschiedene Creatives durchgehen, uns anschauen, was ist da gut gemacht, was kann man kopieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn du das nicht verpassen willst, abonnier auf jeden Fall den Kanal. Dann kriegst du es nämlich mit, sobald die Creative Masterclass online geht. Aber Felix, zurück zum Thema Marketing. Okay, jetzt haben wir viel gesprochen über Teaser, über offene Loops, wie ich die Aufmerksamkeit halte. Aber du hast es vorhin schon gesagt, es geht ja auch um den Content, was ich kommuniziere. Was ist denn da wichtig? Genau, also der Content ist natürlich auch ausschlaggebend, dafür, ob ich die Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden halte oder nicht. Wenn der Content gut ist, interessant, relevant ist für mich, dann schaue ich weiter. Wenn der nicht relevant ist, dann springe ich ab. Und hier gibt es einen ganz großen Fehler. Und ich habe hier, Felix, aus einer Präsentation von dir, die du mal auf dem Loftfilm-Day gehalten hast, habe ich mir hier eine Folie rausgeklaut. Vielleicht kannst du was dazu sagen, weil es hier geht um Webseiten. Genau, was ist hier das Problem an dieser Webseite? Genau, also jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich kein gutes Design ist und dass es viel Text ist, darüber sprechen wir nicht. Es geht jetzt um den Content. Ist hier das große Problem, dass diese Firma nur über sich spricht. Sie haben hier mal markiert, unsere Leitidee, wir machen das, unsere Sachen, wir, wir, wir sprechen nur über sich. Und das passiert vor allem auf Webseiten ganz, ganz viel, dass so im ersten Drittel die Unternehmen, die diese Webseiten entwickeln lassen oder schreiben, erst mal was über sich erzählen wollen. Ja, das Problem ist da so ein bisschen wie auf einer Party. Ja, der Typ, der die ganze Zeit nur von sich erzählt und wie toll er ist und was er alles schon erreicht hat, ja, das wird einem irgendwann langweilig. Und dann sagt man halt nach zehn Minuten, ah du, ich muss nochmal ganz dringend jetzt einen neuen Drink holen. Und so ist es halt online auch, bloß halt viel schneller. Ja, da liest sich keiner zehn Minuten Informationen. Selbstbeweiheucherung, so, ne? Genau, da liest sich niemand zehn Minuten Informationen darüber durch, wie toll du bist, sondern jeder stellt sich immer die Frage, warum ist das relevant für mich? Geht es jetzt hier eigentlich um mich oder nicht? Genau, und wenn man ganz oft sagt, wir sind, wir können, unsere Idee, unser so und so, das interessiert einfach niemanden und oft kann man das ganz einfach ändern. Also es ist echt oft nur eine Mini-Umstellung. Also zum Beispiel hier steht, aus Aachen ausberaten wir Mandanten aus aller Welt. Ja, das heißt, das interessiert mich doch nicht, was ihr macht, ja, dass sie Mandanten haben. Aber wie weiß ich, wenn wir sagen, wir beraten sie, ja, oder sie bekommen die beste Beratung bei uns. So, dann habe ich schon, habe ich da immer noch ein uns drin oder ein wir drin, aber ich habe jetzt schon mal über den Kunden gesprochen. Und oft ist eine kleine Umstellung von dem Satz oder ein kleines Wort, was geändert wird, ja, anstatt, wir haben die besten Lösungen für Sie, was sowieso kein guter Satz ist wegen Floskel und so weiter, aber anstatt zu sagen, wir haben die besten Lösungen für Sie, Sie bekommen hier die besten Lösungen. Mini-Umstellung, aber plötzlich geht es um mich und das wird relevanter für mich. Genau, ich habe hier nochmal ein weiteres Beispiel mitgebracht, das ist jetzt von Landeseiten.de eine Webseite, die ihr gebaut habt. Und hier sehen wir es, ja, wie häufig ist Ihnen schon ein Tüli vorausgefallen. Bestimmt öfter, als Ihnen lieb ist, ja, und so weiter. Und da überlegen Sie doch mal, wie viel Kosten und Zeit und Nerven Sie sparen könnten, wenn Sie jedes Ausfallrisiko rechtzeitig erkennen. Also es geht um den Kunden offensichtlich, der sich wiederentdeckt und sagt, ja, relevant für mich. Genau, den packen wir in den Fokus. Und hier ist es auch ganz wichtig, weil ich dann manchmal die Frage bekomme, hey, aber ich muss doch irgendwo über mich reden. Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sich ja vorstellen als Unternehmen und auf einer Webseite gehört das aber ins letzte Drittel. Im ersten Drittel muss erstmal nur um den Besucher gehen und so ist es dann auch bei Videos. Rede erstmal über den Zuschauer, rede erstmal über die Person, die du erreichen willst. Später kann man immer noch über sich reden. Genau, auf jeder Webseite gibt es ein About Us, aber ein About You gibt es leider nicht oft und das fehlt. Und das Gleiche, nochmal Reminder, das zählt für Videos, das zählt für Webseiten, das zählt für Broschüren, das zählt für Vorträge, das zählt für jede Marketingmaßnahme, die du machst. Wir wollen über den Kunden sprechen und damit wird es relevant für den Kunden und damit kriegen wir automatisch mehr Aufmerksamkeit. Und dann ist aber die Frage, was kommunizieren wir? Ja, weil, dass wir über den Kunden sprechen, okay, aber was wollen wir jetzt dem Kunden mitteilen? Und da gibt es einen großen Fehler, den viele Unternehmen machen und zwar versuchen die so viele Argumente wie möglich zu liefern, warum man bei ihnen kaufen soll. Wir sind schnell, wir sind günstig, wir können das, wir machen das, bei uns bekommen sie das und so weiter. Das Problem ist, dass der Kunde sich so viel nicht merken kann. Wir Menschen sind nicht darauf ausgelegt, uns ganz viele Sachen gleichzeitig abzuspeichern und die wirklich zu begreifen und zu connecten, sondern, Beispiel, weißt du noch, der eine Typ auf der Party wäre, der mit dem Hut, ja genau der. Und sofort, das ist das eine Merkmal, an was du dich erinnerst, der mit dem Hut, ja genau. So und dann, du steckst ihm sofort in eine Schublade oder meinst du den aus Mainz? Ja, ja genau, der aus Mainz. So das ist so das eine Ding, was man irgendwie sich merkt und wo man jemanden sofort abspeichert. Und genau so ist es auch mit deiner Firma. Leute sehen dein Unternehmen, sehen dein Marketing und jetzt speichern die sich eine Information ab über dich, wie die sich einschätzen, einstufen. Und die Frage ist, was sollen sie sich merken? Was ist die eine Sache, wenn du deinen Kunden fragst, was weißt du über meine Firma, was ist die eine Sache, die er jetzt sagen soll? Und das solltest du im Marketing hoch und runter kommunizieren. Also ein Beispiel, Kundin von uns, ja, Terumi, hat eine Sprachschule und hat auch am Anfang gesagt, ja, sie kann ganz viele Sachen, sie hat tolle Lehrer und tolle Kurse und eine besondere Weise zu lernen und so weiter. Wir haben uns das alles angeschaut und haben dann gesagt, das Besondere an ihr ist eigentlich, wie schnell man bei ihr japanisch lernt. und haben das dann sowohl in einem Loftfilm verpackt, also hier in just two months, learn to speak Japanese in just two months, taucht immer wieder auf. Ihr habt eine Landeseite gebaut, auch hier in just two months, ja, or less. Das heißt, das wird jetzt hier massiv kommuniziert und zum Beispiel, wenn sie ein Interview macht mit Kunden, dann ist immer die Frage, wie schnell hast du es gelernt? Warum? Weil wir in jeder Marketingmaßnahme immer jetzt kommunizieren wollen. Es geht sauschnell, ja, viel schneller als alle anderen. Das ist die eine Sache. Wenn Kunden über ihre Sprachschule reden, sollen die sofort denken, ah, das sind die, wo man es in zwei Monaten lernt. Und das ist die Frage, die man sich immer stellen sollte. Was ist die eine Sache, die sich Kunden, an die Kunden sofort denken sollen, wenn sie über dein Unternehmen nachdenken? Und das ist garantiert nicht sowas wie mehr Erfolg und weniger Stress. Ja, gutes Preis-Leistungs-Helten. Genau. Ja, das Problem ist, glaube ich, auch hier, man hat irgendwie so gelernt, man braucht viele Argumente zu überzeugen, aber jetzt hier im Marketing ist es genau andersrum. Du brauchst ein großes, starkes Argument, was wirklich deine Kunden überzeugt. Und das muss man einmal definieren und dann durch die Bank kommunizieren. Genau. Um mal ein Beispiel zu machen, mit Loft-Filmen gibt es nicht einfach nur bunte Claire-Videos, sie bringen wirklich mehr Neukunden. Ja, wir helfen dir dabei, dass dieser Film sich für dich lohnt. Und alles, was wir tun, all unsere Testimonials, all unsere Ads, all unsere Texte auf der Webseite, alles, was wir machen, wir haben Broschüren, wir haben Messestände, wir haben Vorträge, alles, was wir machen, ist immer angelehnt an diese Kernbotschaft. Und deshalb sind wir auch bekannt dafür. Jetzt war es aber so, dass einige unserer Kunden gekommen sind und gesagt haben, ey, Loft-Filmen, ich habe jetzt mit dem Film, den ich mit euch gemacht habe, Neukunden gefunden, das ist ja super, aber ich brauche neue Mitarbeiter. Könnt ihr das auch machen? Könnt ihr auch Mitarbeiter-Recruiting-Videos machen? Klar können wir, haben wir gemacht, hat für viele Kunden sehr gut funktioniert. Und dann haben wir überlegt, wir haben auf die Webseite geschaut und haben uns überlegt, sollen wir hier statt mehr Neukunden durch ein Erklärvideo, vielleicht lieber schreiben, mehr Neukunden oder die passenden Bewerber durch ein Erklärvideo. Wenn man gerade gut aufgepasst hat, weiß man schon, dass das keine gute Idee ist, weil das verwischt wieder die Botschaft. Und dementsprechend haben wir eine zweite Webseite gebaut, zufällig kennen wir ja Leute, die das ganz gut können und haben eine Webseite gebaut, die heißt mehr qualifizierte Bewerbungen mit einem animierten Erklärvideo. Das heißt hier, ganz messescharfe Botschaft, hier Bewerberfilm.de bringt dir bessere Bewerber, Loft-Film bringt dir mehr Neukunden und ist getrennt. Das ist auch eine Sache, die wir bei uns, bei Landeseiten.de unseren Kunden immer sagen, wenn du mehrere Produkte hast, wenn du mehrere Dienstleistungen hast, pack das nicht auf eine Webseite, sondern du brauchst halt dann eigene Unterseiten auf deiner Webseite, die diese eigenen Zielgruppen ansprechen, eigene Produkte vorstellen, weil alles andere, du hast gerade gesagt, verwischt einfach die Botschaft, dann wird es unkonkret und dann bist du irgendwie einer von vielen und stichst nicht mehr heraus. Ja, und Zielgruppen, also andere Zielgruppen haben ja auch ganz anderes Interesse. Also ein gutes Beispiel wäre Immobilienmakler, der natürlich, zwei Parteien glücklich machen muss, den Verkäufer und den Käufer. Und wenn man dem Verkäufer sagt, ich erziele für dich den besten Verkaufspreis, ist das exakt das Gegenteil von dem, was der Käufer haben will, weil der will natürlich möglichst günstig einkaufen. So, und du kannst halt nicht eine Webseite bauen, wo du oben schreibst, ich erziele für alle Verkäufer den höchstmöglichen Verkaufspreis und für alle Käufer beste Konditionen beim Häuserkauf. So, das funktioniert halt nicht. Das heißt, du musst dir überlegen, also das sind ein Extrembeispiel, aber zum Beispiel, wir sind eine App für Ärzte und Patienten. Ärzte haben ganz andere Gründe, sich für diese App anzumelden, weil es zum Beispiel der Vorzimmerdame Zeit spart und Patienten haben ganz andere Gründe, weil zum Beispiel nicht am Telefon in der Warteschlange hängen müssen. Das sind zwei unterschiedliche Kaufgründe, also zwei unterschiedliche Seiten. Hier noch ein weiteres Beispiel, auch für landeseiten.de, eine Webseite. Felix, was kannst du hier dazu sagen? Ja, auch hier haben wir halt eine Botschaft für den Kunden herausgearbeitet. Auch hier, wir haben wieder mehrere Headlines geschrieben, aber hier geht es darum, wirklich diese eine Botschaft zu haben, nämlich Low-Carb-Produkte, die aber auch gut schmecken. So, schon habe ich, ich habe diese Verbindung, diese Verknüpfung, ach, das sind die, wo es trotzdem gut schmeckt. So, das ist deren großes Verkaufsargument. Das ist nicht irgendwie, hey, so und so viele Kalorien oder so günstig oder so und so, sondern das ist das Argument, es ist Low-Carb und das schmeckt gleichzeitig. Genau, und auch mit diesen Bildern hier, man sieht Pasta, man sieht Nudeln, man sieht Brot, man weiß sofort, um was es geht und das bleibt sofort im Kopf und das nächste Mal, wenn ich bei Low-Carb-Produkten, die in der Hand habe, denke ich mir, nee, nee, ich mache das da, wo es auch gut schmeckt. Das habe ich mir gemerkt und das ist unfassbar mächtig. Das machen ganz, ganz wenige Unternehmen und deshalb funktioniert auch das Marketing ganz oft nicht, weil sie das eben nicht kapieren, dass man diese eine Botschaft so fokussiert, auf den Punkt bringen muss und dann auch immer wieder drauf haut. Ja, nicht sagt, ich muss jetzt noch was erzählen und noch was. Nee, eine einzige Botschaft, die wirklich funktioniert, reicht komplett. Und das hat ja bei Low-Filmen mit 5 Millionen auch gut geklappt, der 5 Millionen auf diese eine Botschaft draufgepackt und es funktioniert immer noch. Richtig. Und jetzt ist die nächste Frage, wie überzeugen wir einen Kunden, einen potenziellen Kunden, das auch wirklich bei uns kauft? Weil das uns jetzt kennt, okay, dass wir die Aufmerksamkeit von ihm haben, okay, dass wir eine einzige große Sache kommunizieren, ja, das heißt, die eine Sache, für die wir bekannt werden wollen, okay, aber was kommunizieren wir, damit ein potenzieller Kunde sich das anschaut, liest, wie auch immer, er das wahrnimmt und danach sagt, ich will unbedingt zu dieser Firma, ich muss dahin, ich muss dort kaufen. Und das ist das Thema Benefit statt Feature kommunizieren. Das ist so simpel, aber so ein Riesenhebel, weil die allermeisten Markter machen das nicht, die allermeisten Unternehmen machen das nicht und das ist ganz typisch, wenn Leute so von der Uni kommen, so Marketing studiert haben und dann Texte schreiben oder Werbung produzieren, dass sie genau diesen Fehler machen und zwar, sie kommunizieren ganz viel in Features. Feature ist zum Beispiel beim Regenschirm aus nachhaltigem Material hergestellt oder der ist orange oder Spannweite von einem Meter, das sind Features. Aber warum kaufe ich einen Regenschirm? Ich kaufe den Regenschirm eigentlich, weil ich nicht nass werden will. Das ist der eigentliche Vorteil von dem Produkt. So, das ist ein bisschen ein simplifiziertes Beispiel wieder. Schauen wir uns mal an, wie das in der Praxis aussehen kann und hier habe ich eine richtig geile Art rausgesucht, vor allem die männlichen Zuschauer, die werden sich darüber freuen. Die Qualität ist nicht ideal, ich habe die leider nicht mehr in voller Auflösung gefunden, aber ich fand die so geil, wir müssen die trotzdem jetzt hier abspielen. Ich würde sagen, wir spielen die mal ab. Wir spielen die mal ab. Das ist die Werbung. Felix, was wurde hier gemacht? Ich war kurz abgelenkt, sorry. Man könnte ja bei Deo ähnlich wie beim Regenschirm sagen, ja, das riecht besonders gut oder das hält besonders lange. Es gibt ja immer diese 72 Stunden, hält das oder, keine Ahnung, die Flasche ist jetzt nochmal größer, hat 50 Milliliter mehr oder so. Das wären die ganzen Features. Aber wir haben hier eine große Sache, auch wieder eine Botschaft, aber einen Benefit vorangestellt. Warum will ich mich damit einsprühen? Weil ich bei den Frauen gut ankomme. Ja, weil Frauen das riechen, oder ich mir zumindest das einreden kann, hey, dann rieche ich gut für Frauen und die finden mich dann anziehend. Genau, das ist the one big thing. Wenn du dich mit Axt einsprühst, kriegst du alle Frauen. Und das ist so geil. Das zieht sich durch alle Werbungen von Axt durch. Ihr kennt vielleicht noch den Schokoladenmann, der sich einsprüht und dann so schokoladenmäßig durch die Stadt läuft und alle Frauen knabbern an ihm. Das zieht sich durch alle Axt-Werbungen durch. Ja, und jetzt denkst du, so blöd kann man ja nicht sein. Also jeder weiß doch, dass man sich nicht einfach einsprüht und dann kriegt man alle Frauen. Also dass es so einfach nicht geht, müsste man ja eigentlich checken. Deshalb habe ich mal eine Studie rausgesucht, die folgende sagt, und zwar, das war so eine Studie basierend auf einer von diesen Axt-Werbungen, wo es hieß, dass die Anzahl der Käufer im männlichen Bereich in Deutschland von 16 auf 22 Prozent gestiegen ist. Das heißt, 6 Prozent mehr, und das ist unfassbar viel, weil in ganz Deutschland gibt es sehr, sehr viele Männer, die Deo benutzen, 6 Prozent mehr haben gesagt, ich kaufe jetzt Axt. So, weil Axt sagt, sprühe dich ein mit unserem Deo und du bekommst alle Frauen. So, ob das jetzt wirklich stimmt, das sei mal dahingestellt, aber aus Marketing, psychologischer Sicht, ist das Genius. Also genau das, was wir gerade gesagt haben, auf eine große Sache fokussieren, what's the one big thing, man denkt immer an Axt und man denkt an heiße Frauen. Und das dann kommunizieren immer wieder, immer wieder an eine bestimmte Zielgruppe und hier jeder fünfte Mann unter 30 wollte Anfang November zur Axt greifen. Also, ja, wirklich abgefahrene Ergebnisse. Also das Learning konzentriert dich auf die Benefits und ein guter Trick im Marketing ist, dass du immer sagst, Feature, das heißt Benefit. Also Beispiel wäre, der Regenschirm hat eine Spannbreite von einem Meter, Komma, das heißt, jetzt kommt der Benefit, das heißt, du kannst zu zweit unter dem Regenschirm laufen und keiner wird nass. Also das Feature ist, er ist besonders groß, das heißt Benefit. Ja, ihr könnt zu zweit laufen und keiner wird nass. Das heißt vielleicht noch ein Beispiel so aus der Unternehmerpraxis, wenn man so an IT-Unternehmen denkt, dass viele ja mal sagen, hey, wir haben einen tollen Kundenservice oder wir sind gut erreichbar. Das kann man ja auch übersetzen, das ist eigentlich ein Feature. Hey, wir sind 24-7 für dich erreichbar. Das heißt, wenn es mal Probleme mit dem Server gibt, sind die innerhalb von kürzester Zeit wieder online. Genau, also nicht davon ausgehen, so hey, der Kunde, der checkt schon, was er davon hat, sondern erklär es ihm. Sei dir bewusst, der Zuschauer oder Zuhörer oder Leser, der ist nur mit der halben Aufmerksamkeit dabei. Und wenn du dem jetzt sagst, schau mal, wir sind auch am Wochenende erreichbar, das heißt, auch wenn am Wochenende die Server ausfallen, bringen wir die online. Jetzt habe ich erst wirklich verstanden, was das eigentlich für mich bedeutet, dass ihr am Wochenende erreichbar seid. Also das immer klipp und klar kommunizieren. Und jetzt sind wir schon ziemlich weit. Also wir haben die Aufmerksamkeit bekommen von unseren Zuschauern. Wir haben es geschafft, dass die uns geil finden, dass die wissen, was wir tun, dass die wissen, was für ein Problem wir für sie lösen. Und jetzt ist noch eine Sache ganz wichtig. Und zwar, der Kunde wird nur bei dir kaufen, wenn er dir vertraut. Das Problem ist, wir sind die Geilsten, du kannst uns vertrauen. Das sagt natürlich jeder von sich. Habt ihr jemals schon mal einen Unternehmer erlebt, der gesagt hat, nee, ich bin nicht vertrauenswürdig, ich würde nicht bei mir kaufen. Natürlich nicht. Und der Käufer ist ja nicht blöd, der weiß das. Der weiß, wenn du sagst, Felix, kann ich dir vertrauen? Der weiß jetzt schon, dass deine Antwort ist ja klar. So, dementsprechend fragt er das auch nicht. Und dementsprechend bringt es auch nichts, so viel das zu sagen. Was du machen musst, stattdessen ist, deinem potenziellen Kunden zu zeigen, dass er dir vertrauen kann. Also du musst ihm zeigen, nicht ihm sagen, ja, schau, don't tell. Und wie du das machst, da gibt es verschiedene Wege. Ich habe hier ein paar schöne Bilder rausgesucht, Felix. Bevor du jetzt lachst, du kommst auch gleich. Also freu dich nicht zu früh. Das ist ein Bild von 2018. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie ich es damals geschafft habe, dass überhaupt irgendjemand bei mir gekauft hat. Also so wie ich da aussehe, Kurzarmhemden, kurze Hose, unsicherer Gesichtsausdruck, komische Frisur. Das ist ja wirklich ein Wunder. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist einfach ein massiver Unterschied. Das ist, ich würde bei dem rechten Typen einen Erklärfilm kaufen und mich zum Marketing beraten lassen bei dem Linken nicht. Und das meine ich mit show, don't tell. Ja, zu sagen, ich bin jetzt ein Experte, das behauptet jeder von sich. Aber das muss man spüren. Und zum Beispiel der Auftritt, die Kleidung, das ist ein wichtiger Faktor. So Felix, jetzt kommt ein Bild von dir. So, das hat 2017 an der Filmschule, als wir uns kennengelernt haben. Ja, Felix und dem Käppi. Ja, das hat man damals so getragen. Ja, hat man damals so getragen, ja. Oh Mann, du klingst alt. Und jetzt, ein paar Jahre später, ja, es ist einfach ein Himmelweiter Unterschied. Ja, also hier wieder gleiches Beispiel. Links die beiden Typen, die können nichts und rechts, die können viel. Und das ist einfach das Gefühl, auch, dass die Qualität von den Fotos zum Beispiel viel besser geworden ist. Ja, also, wenn ich so selbstgemachte Fotos auf Webseiten sehe, würde ich niemals empfehlen, weil das spiegelt nach außen, wie hochwertig du bist. Das ist auch eine Sache, die wir relativ schnell gemacht haben, als wir angefangen haben, ein Team aufzubauen, als wir ein professionelles Fotoshooting gemacht haben, um dann wirklich diese Fotos zu haben und überall zu verwenden, weil es einfach einen anderen Eindruck macht. Genau. Wir haben einfach mehrere Shootings gemacht, wo wir alles fotografiert haben, Fotos von mir, von dir, vom Team, vom Büro. Und dann haben wir für immer so einen Stock, den man immer wieder verwenden kann. Und egal, ob für eine Broschüre oder für einen Vortrag oder für einen YouTube-Thumbnail, wir haben einfach geile Bilder. Ja, genau. Weiteres Beispiel, Felix. Ich liebe ja so Webseitenbeispiele, wo man, wo hoffentlich jeder, der hier zuschaut, direkt erkennt, dass das keine gute Website ist. Ja, hier vom Eindruck, also man erkennt ja nicht mal, was das ist. Es geht wahrscheinlich um ein Café, Restaurant. Aber... Sag doch mal alles, Felix, was an dieser Webseite gut ist. Sie ist auch klein. Und jetzt alles, was an der Webseite nicht gut ist. Ja, da kann ich viele Sachen aufzeigen. Aber man sieht, also das ist ja das, was du meintest. Ja, der erste, also innerhalb von einer Sekunde schaut man das an und kriegt ein Gefühl dafür oder nicht. Ja. Und hier ist das erste Gefühl, das erste, was auffällt, ist irgendwie so ein Leopard rechts unten. Ich hoffe, dass es ein Leopard ist und ich will es nicht von den Zoologen hier auf den Deckel bekommen. Aber man sieht einfach nicht, was ist hier das Thema. Man hat keinen hochwertigen Eindruck. Und das ist jetzt auch dieses selbstgemachte Bild, mit was mit dem Handy irgendwie gemacht wurde. Das sieht einfach nicht so aus. Das sieht einfach billig aus. Also ich würde da auf jeden Fall nicht reservieren. Ja. So. Und es kann sein, dass das voll das gute Restaurant ist. Könnte sein. Aber man, ja, wenn die jetzt hier schreiben würden, wir sind ein super Restaurant, Ausrufezeichen, dann würdest du es trotzdem nicht glauben. Das meine ich mit Show, don't tell. Ja, du kannst das erzählen, aber es glaubt dir keiner, wenn es so aussieht. So, dementsprechend hochwertiges Design machen. Und auch zum Beispiel hier, was wir bei Loftfilm haben, sie haben so einen Filter auf der Seite, wo man sieht, welche Filme wir schon gemacht haben. Und wenn man hier auf mehr Beispiele geht, hat man so einen Filter nach allen Branchen. Und alleine, dass wir so viele Branchen da haben, zeigt mir schon, Loftfilm kann ich vertrauen, weil die haben viel Erfahrung. Ich könnte auch schreiben, wir haben viel Erfahrung, aber so spüre ich es, ich sehe das. Ich kann mir vielleicht sogar Beispielfilme genau aus meiner Branche anschauen und schon habe ich das Gefühl, oh, die haben sowas schon mal gemacht. Ja, das heißt, show, don't tell. Weiteres Beispiel, hier eine Seite von, ja, einfach Kunden von uns, die gute Ergebnisse erzielt haben. Das ist ein kleiner Ausschnitt davon. Wenn ich diese Wand sehe und sehe, wie viele Kunden da gute Ergebnisse haben, dann, 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 dann brauche ich nicht mehr, dass Loftfilm mir sagt, wir liefern gute Ergebnisse. Ich sehe das. Ja, also ich spüre das. Das heißt, überleg dir, wie kannst du zeigen, dass du ein krasser Anbieter bist, ohne dass du sagen musst. Und wenn du das alles, wenn du das alles gemacht hast, bist du schon mal grundsätzlich sehr gut aufgestellt. Ja, das heißt, du hast jetzt im Idealfall dein Marketing so aufgesetzt, dass es funktioniert. Aber die Frage ist, funktioniert es auch wirklich? Und wie finden wir das heraus? Ja, ich fand es spannend, was du vorhin schon gesagt hast, mit dem, mit der Thumbstop Rate. Das heißt, es gibt ja Metriken, wo ich genau sehe, funktioniert das jetzt wirklich oder nicht? Ja. So, das müssen wir halt einmal aufsetzen. Jetzt muss ich halt wirklich tracken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Genau, und das ist einer der größten Fehler, die ich immer wieder mitbekomme, was Unternehmen machen, wenn es um das Thema Marketing geht. Die haben zwar gute Ideen, die haben vielleicht sogar coole Werbung schon, die haben vielleicht eine coole Webseite, aber sie machen einen entscheidenden Fehler und das ist der Grund, warum nichts funktioniert. Und dieser Fehler ist, dass sie auf Bauchgefühl hören und nicht auf Daten schauen. Die sagen, ich habe eine coole neue Werbung, die ist mega. Und die sagen, okay, wieso ist sie mega? Was hast du damit erzielt? Ja, keine Ahnung, ich finde sie mega, guck sie doch mal an. Ja, okay, aber was sind die konkreten Ergebnisse, die gemessenen Ergebnisse? Och, das weiß ich jetzt nicht. Das heißt, sie verlassen sich auf ihr Bauchgefühl und das ist ein Riesenfeder, weil das Bauchgefühl irrt. Das ist so. Und wir haben eingangs gesagt, ich habe schon 5 Millionen Euro in Marketingmaßnahmen ausgegeben, ungefähr, für Loftfilm. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wie unsere Zielgruppe tickt und was funktioniert und was nicht. Und trotzdem irre ich mich manchmal. Ich habe manchmal, dass wir eine Kampagne starten, wo ich sage, die ist so geil, die wird alles rasieren und dann performt sie nicht so gut, wie ich das erwartet habe. Das passiert. Da muss man jetzt auch sagen, wenn du das nicht sehen würdest, dann würdest du einfach Geld verbringen. Richtig. Ich würde davon ausgehen, dass es richtig gut funktioniert, weil ich sie cool finde. Und manchmal ist es auch so, dass wir kleine Kampagnen machen, wo wir sagen, das ist eine ganz nette Idee, lass mal probieren. Und das geht vollkommen ab. Wir hatten vorhin zum Beispiel dieses mit dem Unternehmer, mit den zwei Babys. Das war eine der geilsten Kampagnen, die wir hier gemacht haben. Das war eigentlich eine coole Idee, wo wir gesagt haben, wir machen einen coolen Brandingfilm draus. Aber das hat richtig, richtig abgeräumt. Und dass wir dann ganz viel Budget genommen haben und auf diese Kampagne geschifftet haben, haben wir deshalb gemacht, weil wir gemessen haben, dass es funktioniert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning. Alle Entscheidungen im Marketing, ohne Ausnahme, es gibt wirklich, es gibt keine Ausnahme, alle Entscheidungen im Marketing werden getroffen, basierend auf Daten. Und die Datengrundlage, die ist manchmal extrem akkurat, weil du zum Beispiel Facebook-Ads hast und alles mittrackst. Manchmal ist die Datengrundlage eine Schätzung, zum Beispiel, wenn du auf einer Bühne einen Vortrag hältst und dann sitzen da 500 Leute im Publikum, dann kannst du nicht genau einschätzen, wie viel hat das jetzt gebracht. Klar, wenn direkt danach drei Leute kommen und sagen, super, ich will jetzt einen Film kaufen, dann kannst du das schon attributieren, aber du weißt ja nicht, wie viele davon dann einen Monat später oder zwei Monate später was kaufen. Das kannst du teilweise auch nur schätzen. Aber am Ende geht es darum, basierend auf Daten Entscheidungen zu treffen. Und ich habe auch hier Beispiele mitgebracht. Das ist die Webseite von München, der Marketingkongress. Das ist das große Marketing-Event, das wir einmal im Jahr in München ausrichten. Und hier hatten wir folgende Situation. Und zwar haben wir angefangen, Tickets zu verkaufen. Wir haben praktisch die Ads aufgedreht und es ging los. Die ersten Tickets wurden verkauft. Das ist gestiegen, gestiegen, gestiegen und dieser Graph sah so aus. Und hier, also das ist praktisch jeden Tag, wie viele Tickets wir am Tag verkauft haben. Man sieht genau, wo wir die Ads eingeschaltet haben. Dann ging es langsam los und auf einmal ist es eingebrochen. Und ich weiß noch, ich habe gesagt, Felix, irgendwas stimmt mit der Webseite nicht. Das heißt, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Am Schluss war es nicht die Webseite, sondern der Ticketshop. Ich glaube, unser Ticketshop-Anbieter hat da irgendwie was falsch gemacht. Aber wir haben das instant gemerkt, weil ich auf die Daten geschaut habe, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein. Wir haben das gleiche Ad-Budget ausgeben und nur halb so viele Verkäufe. Einen Tag habe ich noch gewartet, weil das war ein Tag, Schwankungen ist es normal. Am zweiten Tag habe ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. Dann haben wir sofort das gefixt und schaue am nächsten Tag, bam, ging es wieder nach oben. Woher habe ich gewusst, dass es ein Problem gibt? Weil wir auf Daten geschaut haben. Hätte ich das nicht gemacht, hätten wir möglicherweise über Wochen hinweg Geld ausgegeben und hätten uns dann gewundert, warum wir das ganze Geld verschwenden. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, das ist auch eine coole Geschichte, die ist auch wieder Webseiten-Thema zum Fragebogen auf der Loftfilm-Webseite. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, genau. Wir haben uns den Fragebogen angeschaut und haben da auch mitgetrackt, also wie viele Leute öffnen den Fragebogen, also klicken schon mal auf den Button, hey, ich habe grundsätzlich Interesse und wie viele senden den Fragebogen dann auch wirklich ab. Und da haben wir gesehen, dass wir da nur so bei 20, 30 Prozent waren. Wo man sagt, hey, das sind ja Leute, die haben sich schon die Webseite angeschaut. Die haben gesagt, ich habe Interesse und klicke auf den Button. Und das dann nur ein Viertel davon auch sagt, hey, okay, ich trage mich jetzt final ein, da gibt es ja irgendwo einen Brauch. Also irgendwas muss da passieren, dass es nicht passt. Dann haben wir verschiedene Sachen getestet und auch rausgefunden, zum Beispiel die Anzahl der Fragen, die Reihenfolge der Fragen, wie werden die Fragen angezeigt, haben wir alles rausgefunden, dass das Faktoren sind, die dazu führen, dass Leute das eben ausfüllen oder nicht ausfüllen. Also ein Beispiel ist, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer geben Leute einfach nicht gerne irgendwo online ein. Das heißt, das ist was, was wir jetzt immer als letztes abfragen, weil wenn ich erst mal fünf, sechs Fragen beantwortet habe und dann werde ich noch nach meiner Telefonnummer gefragt, dann sage ich halt, ja gut, dann gebe ich die auch noch ein. Wenn das aber das erste Feld ist, sage ich, jetzt da irgendwie meine Telefonnummer eingeben, weiß ich nicht, will ich nicht, mache ich später, schließe die Seite. Und so haben wir es geschafft, dass wir die Anfragen nur dadurch, dass wir das Formular angepasst haben, verzweieinhalbfacht haben. Also plötzlich zweieinhalbmal so viele Anfragen bei gleichem Budget ohne irgendwas anderes. Sonst keine Änderungen, einfach nur, weil wir das Kontaktformular angepasst haben, weil wir es gesehen haben in den Daten. Richtig. Und genau, eine weitere große Änderung, das sieht man auch hier ein bisschen, ist, dass man nicht sieht, wie viele Fragen noch kommen. So viele machen das, dass die sagen, 20 Prozent ausgefüllt noch zehn Fragen, dass man einfach alle Fragen sieht und da haben wir einfach, gemessen, dass das besser funktioniert so. Und dann sagen Leute, ja, aber was ist denn mit den Balken? Dann sieht man ja auch, wie viel noch fehlt und ist das nicht psychologisch? Ja, mag sein. Aber Fakt ist, die Daten sagen was anderes und das zählt. So, und das ist halt, das ist auch das Geile, weil man zum Beispiel Landeseiten.de-Kunde ist, dass diese ganzen Dinge, die wir bei Loftfilm für uns mitgemessen haben, weil wir das wirklich rausfinden wollten, dass wir das halt standardmäßig jetzt für alle Landeseiten.de-Kunden mitbauen, deshalb zum Beispiel Fragebögen auch immer standardmäßig so aussehen. Und was mich interessieren würde jetzt, wenn du immer noch zuschaust an dieser Stelle, also erstmal Respekt und vielen Dank, dass du so lange uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und wir haben ja hier jetzt viel so Screenshare gemacht und gezeigt, wie sowas in der Praxis aussieht. Und was mich interessieren würde, ist, wie findest du dieses Format? Also ist das cool? Ist das langweilig? Hättest du lieber, dass Felix und ich einfach nur drauf losquatschen? Gibt es vielleicht ein bestimmtes Thema, was dich ausführlicher interessiert? Weil letztendlich machen wir hier diesen Content für dich, dass du was da mitnehmen kannst für dich und dass sich das für dich lohnt. Dementsprechend schreib uns in die Kommentare, was wir anders machen müssen, wovon du mehr haben willst, damit wir Content für dich erstellen können. Felix, schauen wir noch mal ganz kurz die wichtigsten KPIs an. Ja, das heißt, wir haben jetzt gesagt, du musst alles mitmessen, alles mittracken und was sind die wichtigsten Kennzahlen, die in jedem Unternehmen, also diese Liste an Kennzahlen, die ich dir jetzt mitgebe, das sind Zahlen, die solltest du zu jedem Zeitpunkt, Tag und Nacht, sofort parat haben in deinem Unternehmen. Das heißt, wenn ich dich morgens um zwei Uhr wecke und sage, wie ist diese Kennzahl diesen Monat bei dir im Unternehmen, musst du die instant wissen oder zumindest wissen, auf welche Exit-Tabelle du die jetzt gleich rausfinden kannst. Dann kannst du dein Unternehmen richtig steuern und dein Marketing. Also, das erste ist der CPL, Kost pro Lead. 166 Euro. Für Landeseit. Für Landeseit. Ja. So, das heißt, du musst wissen, wie viel bezahle ich dafür, dass ich ein Lead habe und das gleiche musst du wissen für Termin, also Kost pro Termin, Kost pro Settercall, Kost pro Beratungsgespräch, Kost pro Neukunde. Ich glaube, da kommen auch einige noch in der Liste. CPHQL. Felix, wie ist der bei 250 Euro? Ja, bei Landeseit.de, man muss sagen, wir haben halt auch eine richtig geile Art am Laufen bei Landeseit.de gerade, die bringt richtig gute, richtig günstige Leads, aber genau. Also nochmal zur Erklärung, KQL sind High-Quality Leads, das heißt, es gibt bei uns bestimmte Kriterien, wenn ein Unternehmen diese Kriterien erfüllt, wird das bei uns als High-Quality Lead eingestuft, weil wir einfach wissen, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Person tatsächlich zum Kunden wird und dafür ist natürlich auch okay, wenn der Preis ein bisschen höher ist, weil wir sehen, okay, das ist einfach in Ordnung, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist. Das ist ein ganz wichtiges Learning und zwar, es geht nicht darum, einfach nur viele Leads zu generieren oder einfach nur günstige Leads zu generieren, es geht darum, gute Leads zu generieren und das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, weil ich habe lieber zehn Leads, die mich 500 Euro pro Lead kosten, aber richtig gute Qualität haben, als 20 Leads, die mich vielleicht nur 200 Euro kosten, aber dafür Schrott sind. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied und es geht immer darum, Qualität over Quantität, weil du kannst aus fünf Leads viel, viel mehr Umsatz rausholen, wenn die gut sind, als aus 100 Leads, die alle Kacke sind, also High-Quality Leads. Dann Setter Rate, also wie viel Prozent der Leads, die im Erstgespräch sind, im Setter Call, werden auch terminiert, also das ist auch wieder, da geht es um die Lead-Qualität. Durchschnittlicher Kundenwert, wie viel ist ein Kunde wert? Und ich habe echt schon, ich habe echt in meinem Leben schon viele Beratungsgespräche geführt mit Unternehmern, wir haben auch ein Coaching-Programm, wo wir mit Kunden über längeren Zeitraum in so einem Mentoring zusammenarbeiten und das ist wirklich eine Frage, die ich immer stelle, weil es einer der wichtigsten KPIs ist und ich mir fast nie jemanden beantworten kann. Die Antwort, die ich am meisten bekomme, auf was ist dein durchschnittlicher Kundenwert, ist, kommt drauf an. Und das ist inkorrekt, weil der durchschnittliche Kundenwert, es kommt nicht drauf an, und deshalb heißt es ja Durchschnitt. Die sagen, ja manchmal so und manchmal so, verstanden. Aber was ist der Schnitt? Also wenn du alle Kunden anschaust, ganz einfach, alle Kunden, geteilt durch den ganzen Umsatz, wie viel ist der durchschnittliche Kundenwert? Und das solltest du auch noch afteilen in Lifetime Value und initialer Kundenwert. Das heißt, wie viel ist normal der Kundenwert direkt am Anfang, wenn er zum ersten Mal Kunde wird und wie viel dann über die nächsten Monate und Jahre hinweg? Also wie viel kommt hinten nach Hause noch? Super wichtige Metrik, sollte jeder kennen. Conversion Rate. Ja, Conversion Rate, jetzt kann man auf verschiedene Dinge beziehen, aber zum Beispiel von der Website. Wie viel Prozent der Leute, die auf meine Website kommen, konvertieren und stellen eine Anfrage? Website zu Fragebogen. Wie viel Prozent von Leuten, die auf die Website kommen, kommen auf den Fragebogen? Hatten wir gerade, ja, Fragebogen Ausfüllrate. Dadurch, durch diese Metrik, haben wir gemerkt, dass am Fragebogen was nicht stimmt. Sollte übrigens Website zu Fragebogen, sollte bei 5 bis 10 Prozent sein, bei Landeseiten.de gerade bei 11 Prozent. Nice. Also 5 bis 10 Prozent von Webseite geöffnet zu, ich öffne den Fragebogen und dann von Fragebogen geöffnet zu, ich fülle den Fragebogen aus. Wie ist da? Das sollten so 40 bis 60 Prozent sein, also ungefähr die Hälfte. Ja, okay. Dann Zeit von Lead zu Kunden, ja, also praktisch Delta T, sagt der Mathematiker oder der Physiker. Wie lange dauert es von dem Moment, in dem sich jemand bei dir einträgt, bis er wirklich Kunde wird. Und warum sind diese ganzen KPIs so wichtig? Weil nur so kannst du herausfinden, ob es irgendwo ein Problem gibt. Nur so kannst du herausfinden, wo du Optimierungspotenzial hast. Nur so kannst du herausfinden, wenn irgendwo was bricht. Ja, zum Beispiel, dass ein Setup plötzlich viel schlechter arbeitet als alle anderen oder dass die Website plötzlich nicht mal genug Anfragen liefert im Verhältnis zu den Besuchern, vielleicht irgendwas Technisches kaputt gegangen ist. Also absolut, absolut entscheidend. So, nur so kannst du auch feststellen, welches von deinen Werbemaßnahmen richtig funktioniert. ROAS, ganz wichtig, also Return on Advertising Spend, wie viel Euro kriege ich zurück pro ausgegebenen Euro? Leads zur Kundenrate, also wie viele Leads brauche ich, um einen Kunden zu gewinnen? Das sind ein paar Beispiele. Ja, es gibt eine lange, lange Liste. Ich wollte jetzt hier mal so die paar wichtigsten mitgeben, aber diese KPIs solltest du zu jedem Zeitpunkt bereit haben. Das war jetzt viel Theorie. Wir haben auch einige Beispiele angeschaut aus den verschiedensten Bereichen, aber die Frage, die du dir jetzt vielleicht stellst, ist, wie sieht das ganz konkret in der Praxis aus? Also, wenn man jetzt wirklich so eine Werbeanzeige aufsetzt, wie funktioniert das? Wie sieht die Anzeige aus? Wie sieht die Copy dann wirklich konkret aus? Ich habe da ein ausführliches Video gemacht. Ich habe mal einen Fall genommen von einem Kunden von uns, der eine einzige Werbeanzeige geschaltet hat und mit dieser einen Werbeanzeige über 200.000 Euro Umsatz generiert hat. Eine einzige Werbung auf Facebook und Instagram. Und ich zeige in diesem Video exakt, wie das Creative aufgebaut ist, wie die Einstellungen gemacht sind und wieso das so gut funktioniert. Wenn dich dieses Thema interessiert, wenn hier schon viel für dich an Input dabei war, schau auf jeden Fall auch das zweite Video, das du jetzt hier auf dem Bildschirm findest. Felix, danke, dass du da warst. Ich denke, wir werden uns bald wiedersehen hier im Podcast. Würde mich freuen, wenn du dabei bist und denk immer dran, dein Unternehmen hat großartiges Marketing verdient. Vielen Dank. Vielen Dank.